Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video... Schwert. Okay, in der letzten Folge haben wir in Surchester die vermeintliche Eis-Arena gemacht, die gar keine Eis-Arena war, sondern vielmehr eine Gesteins-Arena. Und jetzt sind wir hier auf Route 9.2 und auf dem Weg zur siebten und fast letzten Arena, nämlich der vorletzten Arena ist das tatsächlich. Und hier ist wieder Team Jail, die eigentlich in dieser Story gar keine Relevanz haben. Naja, die machen sich mal hier wieder ein Spike-Born irgendwie an. Bla bla, du kannst nach Hause fahren, bla bla, maim, maim, maim. Schnapp, schnapp, schnapp. Ich will jetzt... Ja, dann lass halt kämpfen. Wird das ein Doppelkampf oder was wird das? Hier hätte Hopp eigentlich gleich vorbeikommen sollen. Aber gut. Hallo, hier. Ich hab dir doch das Rotomrad geschenkt. Mach mal die Rüpel hier kaputt. Tja, du willst uns kaputt machen? Dann komm doch her, du Doofkopf. Ole, ole, ole. Ich hab so keinen Bock mehr auf die Story, ne? Oh, das ist so repetitiv und Team Jail ist so langweilig. I don't know. Also es interessiert mich vielleicht schon noch was mit diesen legendären Kokomon, was das da auf sich hat mit der Story. Aber alles andere, diese Story ist so langweilig. Team Jail hat einfach überhaupt gar keine Relevanz in diesem Spiel. Es ist nämlich mal ein Doppelkampf. Wie langweilig! Ja, hier, dann fress mein Rasierblatt, du komisches Viech. Ha! Das konter ich dir weg. Ja, lol. Gut, also da wäre der Fokusquart dann doch ganz gut gewesen, den ich in der letzten Folge von Reflex wieder weggetan hab. Das konter wirklich so heftig? Das ist mir ja auch in einer anderen Folge schon mal aufgefallen. Na gut. Dann spüre mein Flammenwurf. Und das heißt ja auch, dann muss ich hier gleich wahrscheinlich gegen diesen Fettsack auch nochmal kämpfen, ne? Und sie hat noch ein Pandagro. Haben wir ja auch schon alles gesehen. So, bevor wir den aber vernichten, müssen wir natürlich erstmal wieder Exandros wiederbeleben. Sowas muss doch richtig kacke sein, oder? In der Nutslog-Challenge. Wenn ihr dann plötzlich einen Konter einsetzt und man einfach von 100 auf 0. Damit kann ja auch keiner rechnen, oder? Dann ist das Pokémon einfach weg. Mega kacke. Wir probieren trotzdem mal einen Flammenwurf aus. Warum ist der jetzt erstes dran? Jailona scheint eine schlechte Initiative zu haben. Aber der Flammenwurf sitzt trotzdem. Und darauf folgt ein Einäschern. Kann mir das auch mal jemand erklären? Warum ist jetzt meine Initiative plötzlich höher als die von dem Typen? Liegt das auch an der Attacke selber, dass Flammenwurf einfach eine niedrigere Initiative hat, als die Attacke von dem Gegner, die der eben eingesetzt hat? Oder berechnet sich die Initiative in jeder Runde neu? Weil das finde ich sehr merkwürdig irgendwie immer. Na gut, dann gehen wir jetzt weg und lassen das Kamal-La-Radaba alleine, Kamalm. Halm, lass mich in Ruhe, ihr Wichser. Kam, kam, kam. Cool, danke. Und wie läufst du mit deinem Leben mit dem Rad? Cool, oder? Aber setz dich bloß nicht falsch auf den Sattel drauf, sonst wirst du impotent. Naja, ich modifiziere dein Rad mal. Hier, bitte schön. Jetzt kannst du dich damit auch auf dem Wasser fortbewegen. Ist das nicht super geil? Total, danke dafür. Wow, wir können jetzt auf dem Wasser reiten. Okay, das ist tatsächlich ganz cool. Ähm, was bist du denn da hinten? Bist du ein Trainer? Der sieht sehr merkwürdig aus. Ja, Alma! Ja, Giga, saug dich mal hoch. Oh ja, lecker Schmeckerer. Oh, Alma, du bist tot, aber dafür geht's mir jetzt richtig gut. Und das Geile ist ja, man heilt sich durch Giga-Saurer mehr als die Hälfte, glaube ich, die man an Schaden macht. Gut, jetzt sind wir wieder voll live, deswegen probieren wir beim nächsten Weimar es nicht zu töten. Ich habe eine kleine Zauberblattattacke. Guck mal, was ich tolles kann hier. Zauberblatt. Ja, das sieht besser aus. Und er macht einfach Erholung. Ach nö, auf den Kampf habe ich keine Lust. Ich schlafe einfach ein und erhole mich dabei. Aber jetzt, wo er eine Statusveränderung hat, a.k.a. weil er schläft, kann ich ihn doch jetzt einfacher fangen, nicht wahr? Rote Bereich plus Statusveränderung schlafen. Sollte easy peasy machbar sein mit einem Superball. Jep. Ein Kugelwald-Pokémon von Typ Wasser. Es prustet Meerwasser aus den Nasenlöchern, die über seinen Augen liegen. Außerdem frisst es täglich eine Tonne Lusardine. Ist das auch ein Pokémon? Essen Pokémon andere Pokémon? Pokémon-Welt gar nicht so friedlich, wie man immer denkt. Hey, ich will das Ding haben! Alter! Alter, ja, hi! Hallo, komm mal her! Ja, ja, nein! Hä? Ist das so ein Lusardieren-Lidin, dass der immer frisst? Hallo! Lol! Wie kann man denn gegen den kämpfen? Ich fühle mich leicht verarscht von den Dingen, deswegen kämpfe ich jetzt gegen... Ist das doch ein Pokémon? Hä? Hä? Ein Karaktor? Elektro? Kraftkoloss einsetzt? Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Mist, das war knapp! Gegenschlag? 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 Ich hab doch gar nicht angegriffen! Hallo, du kannst keinen Gegenschlag machen, wenn ich dich gar nicht angreife! Aber jetzt bleib mal bitte im Tauchball, ja? Hä? Ich dachte, der Tauchball ist mega gut gegen sowas! Ist der jetzt so schwer zu fangen, weil der einfach ein höheres Level hat als wir? Oder ist das ein spezielles Pokémon? Ich fand das auch schon so merkwürdig, dass er da einfach in dieser Ecke so alleine, außerhalb des Wassers halt draußen ist. Wahrscheinlich gibt's den hier einfach tausendmal. Hä? Und er bleibt einfach nicht im Tauchball drin! Vielleicht lebt er gar nicht im Wasser. Vielleicht tut er nur so. Das ist eine Wassertrap. Vielleicht ist er tot, wenn das hier so weiter hagelt. Ich setze trotzdem meine ganzen Tauchbälle ein. Jetzt bleibt doch bitte mal in einem drin! Ne, will er nicht. Alles klar. Wehe, Sonnkrow stirbt. Nein! Oh Gott, wenn das Viech jetzt stirbt durch Wagekörner, dann wäre Sonnkrow für immer tot. Ja, dann stirbt das jetzt leider, aber sonst müsste ich halt Sonnkrow... Dann dürfte ich Sonnkrow nicht in meinem Team haben. Und ich nutze schon wieder viel zu viel Beleber. Ich hab bald keine mehr. Ja, dann ist er jetzt tot. Das ist ja jetzt doof. Scheiße. Wenn es das nur einmal jetzt hier gab, dann bin ich richtig sad. Überschallknall. Machen wir mal statt Dreschflegel. Oh Mann, hoffentlich kommt dieses komische Pokémon nochmal wieder. Das wäre richtig sad, wenn es das hier nur einmal geben würde. Ey, cool! Das Ding ist endlich mal in mich reingeflogen. Ein Manturps! Süß. Können 1 zu 1 zu Ausfindet Nemo rauskommen von diesen Manta-Rochen-Dingsbums da. Knuffig. So, aber du bleibst bestimmt auch so im Tauchball drin, oder? Du bist schließlich nur Level 43. Und du bist so süß! Du bleibst da bestimmt... Nein! Das war mein letzter Tauchball! Mega! Aber dieser fucking Hagel wird ihn wieder töten. Oh, was ist jetzt los? Exantras hat überlebt, zur Liebe zu mir, und stirbt dadurch die Hagelkörner. Nein! Ich habe irgendwie das Gefühl, mein Team ist nicht sonderlich gut aufgestellt. Kann das sein? Oder... Die sterben halt alle immer so schnell. Und irgendwie habe ich nie was richtig Gutes gegen die Viecher. Ich brauche... Vielleicht brauche ich wirklich einen Relax in meinem Team, der so ein bisschen tanken kann. Einfach für die Sessions, oder für die Fang-Sessions. Natürlich stirbt er durch einen Gift-Hieb. Ja, natürlich. Gegen Pflanze ist er nicht sehr effektiv, aber sonst... Der geriet doch bestimmt auch nie wieder in mich rein. Ein Eichstein. Damit könnten wir ein Evoli zu einem... Eich... 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 Genau Level 50 schon wieder. Dann erstmal hochheilen. Oh, das Fisch ist viel zu stark. Hör... Überschallknall! Oh, der macht wahrscheinlich sogar noch mehr Damage, weil wir diese Lärmattacke haben, ne? Ja. Aber... Gut in den roten Bereich gebracht dadurch auf jeden Fall. Und dann probieren wir es jetzt mal mit einem... Hyperball. Auch das... Alter! Warum ist dieses Pokémon so schwer zu fangen? Wenn ich jetzt ein Pokéball werfe und der nicht drinne bleibt, dann wird Nickel sterben, wenn er trifft. Kaokto wird durch die Hagelkörner sterben und dann wäre Nickel für immer tot. Das wäre natürlich richtig scheiße. Deswegen wird das Kaokto wohl sterben. Egal, was ich tue. Ich hätte ihn fangen können, aber das wäre mir zu risikoreich gewesen. Auch jetzt, wenn er irgendwen von 100 auf 0 gebracht hätte, dann wäre das Pokémon auf jeden Fall tot gewesen. Alles ja risikoreich hier. Ich habe halt leider bald keine Beleber mehr und bis zur nächsten Start, äh, kann ich auch meine Pokémon nicht mehr so richtig heilen. Ich glaube, ich werde mich einmal kurz... Ich werde Exandros zumindest einmal kurz hochheilen an so einen Walmer. Das ist so geil, dass das einfach One-Hit ist. Und es heilt von 14 auf 93, ey. Viel zu heftig. Ach, ich liebe Exandros. So, wo geht es denn hier so hin? Sag doch mal. Nach Spikefort geht es nach unten. Da wollen wir ja hin. Hier gibt es komische Eis-Pokémon auf jeden Fall. Ich habe ein bisschen Angst, hier zu kämpfen, muss ich sagen. Aber du hast bestimmt irgendwelche Fisch-Pokémon, oder? Können wir uns da auch schön dran hochsaugen. Oh ja. Und das schmeckt lecker, lecker, schmecker. Das hingegen tut natürlich wieder weh. Wollen wir, wenn es ein scheiß Volltreffer ist. Lass das mal. Sonst muss ich mich doch wieder Giga hochsaugen. Und ich habe da nur noch drei AP von jetzt. Und sie hat noch einen Kuhfach. Ob da ein Giga-Sauger überhaupt irgendwas bringt? Das sieht mir nicht aus, als wenn es irgendwie ein... LOL! Der hat einfach das Kanji für groß auf seinem... Also sein Mund ist das Kanji für groß. Das ist ja witzig. Scheint doch ein Fisch oder Wasser zumindest gewesen zu sein. Ja. Dann hätten wir auch einen Giga-Sauger einsetzen können. Naja. Jetzt sind wir schlauer. Was? Nein, wieso? Was? Warum ist Exandros gestorben? Was hat der gemacht? Der hat ihn mitten in den Tod gerissen? Ist nicht dein Ernst. Und das war ihr letztes Pokémon. Das kannst du mir nicht erzählen. So ein scheiß kleines Fick-Pokémon hat Exandros getötet, oder was? Oh Mann, Exandros war eines meiner Lieblings-Pokémon. Ein Blick zurück und mir wird klar. Es zählt nur eins. Wir werden immer Freunde sein. Nur du und ich, wir haben schon so viele Lied. Wir haben schon so viele Lied. Die Freundschaft mit dir, die Freundschaft mit dir. Die Freundschaft mit dir, werd ich nie vergessen. Es ist so weit. Und das sind so viele Lied. Und das heißt... Wir haben einen Blick. Klar, dass du und ich eines kann es auseinandergehen. Ja, fuck my life, Leute, fuck my life. Exantros Ripp. Schön, ich will hier jetzt nicht mehr sein. Jetzt ist ja noch alles viel blöder. Was mache ich denn jetzt ohne Exantros? Und hier wäre einfach ein Puck. Achso, das hätte aber auch nichts geholfen. Werde ich aber kurz nutzen, um mich hochzuheilen. Beim Alfred. Da übernachten wir doch gerne beim Alfred. Hey, jetzt ist einfach Exantros gestorben. Oh Mann. Okay, das Curry scheint richtig geil gewesen zu sein. Nein. Einfach gar nicht. Okay. Mann, aber warum denn Exantros? Jetzt ohne Witz. Das ist doch alles blöde. Ja, hier gibt es noch ein paar Trainer, aber ich kann ja jetzt gar nichts mehr gegen die machen ohne Exantros. Oh Mann, jetzt bin ich richtig sad. Exantros war einfach perfekt für die für dieses Gebiet hier. Dann stirbt er mir weg. Weil der den einfach mit in den Tod weiß. Das kann doch nicht sein. Mann, was war das denn für eine komische Attacke, die er da gemacht hat? Ich verstehe es immer noch nicht. Hätte ich Exantros retten können? Wenn ich Gigasauger eingesetzt hätte bei dem Kampf, hätte Exantros ja auf jeden Fall wieder volle Leben gehabt. Wahrscheinlich. Und dieses Mitnehmen von dem von dem kleinen Blödkopffiechter wird das immer bis auf null runter gehen? Also wird das immer volle Leben abziehen? Oder nur so und so viel Prozent? Dann hätte ich Exantros nämlich noch retten können vielleicht. Das nervt mich jetzt. Jetzt werde ich auch ganz schlecht schlafen heute Nacht. Ich will gar nichts mehr machen. Mein bester Freund ist gestorben. Wie soll ich jetzt weiterleben? Wie soll ich jetzt noch ein guter Pokémon-Trainer werden? Du hast schon meinen ganzen Hass zu spüren bekommen, du blödes Mann, Tags mit der finster Aura. Vielleicht werden die anderen Pokémon ja jetzt stärker, dadurch, dass sie mehr Hass in sich haben, weil so ein blödes Wasser-Pokémon Exantros getötet hat. In dem Gebiet hier muss man aber allgemein voll aufpassen, wegen diesen Hagelkörnern. Das ist richtig schlecht für meine Nutzlock-Challenge. Ich hoffe, der stirbt jetzt, weil wenn der mit ganz wenig Kaffee überlebt, dann wäre hier wieder die Situation, dass das Rannixson stört. Aber alles gut gegangen, okay. Ach man, was mache ich denn jetzt? Will ich hier überhaupt noch gegen alles kämpfen, ist die Frage. Da habe ich gar keine Lust auf gar nichts mehr. Will ich gegen dich kämpfen? Ich glaube, ich habe Jane Dona vorne. Bestimmt auch richtig schlecht schon wieder. Aber wie der immer genau Level 50 ist, das ist auch merkwürdig. Habe ich das gerade... Sein Sondersensor ist sehr effektiv gegen den. Dann ist der von Typ Psycho, oder was ist los? Nee, aber Psycho ist nicht gut gegen Psycho. Was ist denn gut gegen... Also wo macht Psycho denn doppelten Schaden? Bei Kampf, glaube ich, aber der ist doch nicht von Typ Kampf. Oder doch? Doch, vielleicht. Stimmt, der sieht ein bisschen vielleicht aus wie Kampf. Naja, bleib mal bitte in deinen Hyperwildern bitte drin. Bin jetzt richtig niedergeschlagen, Mann. Und dann bleibt er natürlich nicht drin, weil das ein blödes Kackding ist. Und dann töte der Jane Dona noch. Alles Klärchen. Dieses Gebiet macht mich richtig kaputt. Leute, er hat vorhin nur noch mega wenig Leben. Oh Mann. Ich kann ihn schon wieder nicht fangen. Was ist das für ein Scheiß? Ich hasse dieses Gebiet. Wir müssen erst Jane Dona wieder blieben, sonst ist die auch gleich noch tot. Ja, und jetzt stirbt er halt durch die Hagelkörner. Tschüss, Kaokto. Nummer drei. Hier scheint erstmal noch ein Doppelkampf auf uns zu lauern. Die uns aber nicht sofort ansprechen, sondern wir müssen sie ansprechen, oder was? Hi. Und ein geheimer Strand. Hier ein Geschenk für dich. Taucher. Okay, die waren lieb. Aber du willst kämpfen. Und du hast garantiert ein Kampf-Pokémon. Als ob er auch ein Kaokto hat. Okay, jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass Kaokto auf jeden Fall Kampf ist. Okay, du willst einen Kampf haben. Den kannst du haben. Spüre die Durchbruchattacke von Fly. Die sogar ein Volltreffer ist, wie immer. Aber trotzdem. Das kann nicht das Loch in meinem Herzen stopfen. Dann sind wir hier, glaube ich, erstmal durch mit Route 9. Mit diesem Behinderten-Strand. Vielleicht schon die neue City. Ne, hier warten auch noch ganz viele Leute auf uns. Kann doch nicht dein Ernst sein. Erhöht die Volltrefferquote. Das wäre cool, wenn man das auch noch Fly zusätzlich geben könnte. Da ist ein Doppelkampf. Ist das ein Ghetto hier, oder was? Ach, meine Güte. Wir kommen einfach nicht nach Spikeford rein. Wie lange sollen wir uns dann noch die Beine in den Bauch stehen? Wie sollen wir denn jetzt den Unlicht-Arena-Leiter zum Kampf herausfordern? Wieso haben die das Rolltor runtergelassen? So kriegen wir den nächsten Ort nie. Unlicht also. Hey, Dizzy. Hier drüben. Oh, hallo, Mary. Bist du nicht sogar die Unlicht-Arena-Leiterin? Hau ab, Gaunuchs. Niemand möchte was von dir. Ich glaube, Mary ist die nächste Arena. Aha. Hier gibt es einfach einen Geheimweg. Spikeford ist meine Heimatstadt. Ich kenne diese Gegend wie meine eigene Westentasche. Deshalb weiß ich auch, dass es noch einen anderen Weg in die Stadt gibt. Wenn du in die Stadt willst, könnte ich dich theoretisch reinschleusen. Aber da wir Rivalen sind, musst du mich zuerst an einem Kampf besiegen. Äh, später. What the fuck bist du denn für ein Wesen? Hier gibt es so komische Pokémon, Leute. Erstmal muss ich natürlich meine Pokémon noch ein bisschen schwächen, bevor ich hier gegen die Kämpfe. Hallo, Doppelkampf. Ja, gegen zwei Wepper. Sing, tanz, das ganze Leben ist eine Party. Mein Pokémon und ich sind am glücklichsten, wenn wir tanzen. Glücklich sein? Was ist das? Ich habe keine Glücklichkeit mehr in mir seit Exantros Tod. Als ob der auch einen Reflex hat. Läuft bei dir. Gut, Borschnabel sollte das Marakamba auf jeden Fall getötet haben tun. Und dann setzen wir noch den Überschall auf alle ein. Das ist zumindest nicht so effektiv gegen Suncrow. Könnte ja vielleicht ganz cool sein. Überschallkernal! Babababam! Oh. Okay, die Attacke war jetzt richtig unnötig irgendwie. Aber zumindest ist das Marakamba weg. Spukball möchte der Rannik-Sonder lernen. Bewürftes Ziel mit einem gruseligen Ball und senkt eventuell dessen Spezialverteidigung. Klingt gar nicht so kacke. Da ich keine Ahnung habe, wie man Fluch richtig einsetzen soll, werde ich Fluch für Spukball austauschen. Das ist eine Schockwelle eigentlich. Das sollte zumindest gegen Reflex nicht sehr effektiv sein. Okay, aber gegen Suncrow ist es sehr effektiv. Es hat nicht mal eine Wirkung gegen Reflex hier. Okay, wir werden Suncrow auswechseln. Oder heilen wir lieber Suncrow? Ich glaube, ich heile lieber Suncrow. Mit Nakumo-Milch. Das sollte lang. Ja, mit Reflex kann ich halt gar nichts machen. Jetzt mit einem komischen Gift-Heat ein. Was auch immer. Leute, was auch immer. Macht auch nicht so wenig damage. Hallo? Geht voll klar. Schockwelle! Ich habe den Kampf zumindest überstanden. Nicht wirklich gut, aber überstanden. Und habt ihr noch irgendwas cooles überwacht hier? Ist hier vielleicht irgendwas versteckt? Nö. Toll. Ist ja super unnötig. Warum habe ich euch denn dann besiegt? Gibt es hier vielleicht einen geheimen Weg oder so? Nö. Aber nur diesen blöden Baum, ja? Das ist ja super lame. Was gibt es hier links noch? Leute! Leute, was geht hier ab? Ach, jetzt sind wir hier im Osten von Royce City oder was? Aber wie schnell das mich ist. Nein, ich will nicht kämpfen. Bitte lass uns nicht kämpfen. Bitte nicht. Ich habe meine Pokémon nicht geheilt. Yo, der hat einfach dieses Schwertdinger. Der hat einfach drei Pokémon. Das gefällt mir gar nicht. Boah. Wir fliegen mal in die Luft und gucken, was dieses komische Ding denn so für Attacken hat. Ein Nachthiefer. Hä? Als ob der mich in der Luft trifft. Was ist denn bei dir kaputt? Mein Pokémon geht es gerade überhaupt nicht gut. Oh mein Gott. Ja, nee. Mein Pokémon geht es überhaupt gar nicht gut. Ich hoffe, ein Flammenwurf tötet das Ding. Das sieht gut aus. Meine Güte. Was ist denn hier heute los? Ich brauche ganz dringend mal wieder ein sechstes Pokémon im Team. Wartemag. Äh. Vielleicht ein Pflanzen-Pokémon. Hoffentlich ein Pflanzen-Pokémon, der einfach durch einen Flammenwurf stirbt. Nee, nein. Aber nicht mal sehr effektiv. Bitte töte Jadona nicht. Meine Viecher haben alle keine Leben mehr. Alles stirbt mir weg. Ich habe jetzt nur noch fünf Beleber. Wow. Aua. Wieso macht das auch alles so viel Damage? Er macht sich vor allem selber Damage durch diesen blöden Rückstoß. Aber trotzdem. Hau ab, du blödes Quartermack. Ach lol, wie ein Quarterback oder was? Vom American Football? Wahrscheinlich. Deswegen stand er da auch so komisch. Durchschaut. Die Namensgebung durchschaut. Kein Mordspot kommt noch. Ach, das ist die Weiterentwicklung, die wir auch machen können durch unsere E-Kanne. Ist ja wahrscheinlich Geist. Deswegen probiere ich mal einen Gift-Tip aus. Was nicht so effektiv ist, weiß ich natürlich. Aha, ich habe eine Idee. Und dadurch mache ich meine Spezialangriffe. Hahaha. Ja gut, dann spüre halt den Overdrive. Ich meine, das ist eine Lärmattacke. Wenn du so aufhörst, mich Giga auszusaugen, dann langt vielleicht der Overdrive nicht. Aber es ist eine Lärmattacke, deswegen macht sie mehr Damage. Ja, doch langt. Nice. Blöder Schnösel, du. Das ist ganz dringend. In eine neue City. Und hier waren wir ja jetzt schon. Okay. Wir kommen in Royce City wieder an. Und haben dieses Schreckensgebiet von Route 9.2 überlebt. Zumindest, zumindest fast alle. Mann, das wäre viel besser gewesen, wenn einfach Sonko gestorben wäre und nicht Exantros. Exantros ist richtig blöd, dass der jetzt weg ist. Das ist halt die Frage, wen nehmen wir stattdessen rein? Wir können Memeion reinpacken, weil ich die ganze Zeit halt ein Wasser-Pokémon vermisse. Wir haben auch einen Eisstein, das heißt wir könnten noch ein Evoli entwickeln. Werden wir wohl wieder eine Evoli-Entwicklung reinnehmen. Warum nicht? Warum nicht? Dann weiß ich wenigstens mal, wie das heißt. Wie böse das guckt. Glaciola, okay. Oder Glaciola? Ein Neuschnee-Pokémon von Typ Eis. Nur Eis. Glaciola erzeugt einen Diamantenstaubgestöber. Was ist das Wort? Um Beute mit seiner Schönheit so zu verzaubern, dass es sie unbemerkt einfrieren kann. Ich glaube, so ein Eis-Pokémon ist gar nicht so schlecht, oder? Und wir haben ja noch ein paar TMs bekommen. Auch irgendwelche Eis-Attacken, nicht wahr? Einfach mal den Eis-Sperr auch auf Glaciola? Why not? Heimzahlung ist ja auch eine geile Attacke. Anwender dem Drache für einen besiegten Mitstreiter. Wurde in der vorherigen Runde ein Mitstreiter besiegt, steigt die Stärke. Nennen wir ihn nochmal ganz kurz um und nennen ihn statt Exandros, Exandos, weil es der zweite Exandros ist. Ja. Das ist Spanisch, Leute. Spanisch. Schön. Oder weniger schön. Man, ich hätte trotzdem... Jetzt habe ich aber kein Pflanzen-Pokémon mehr. Gut, ich muss nochmal schauen, wie ich das mit meinem Pokémon-Team jetzt mache. Jetzt bin ich nämlich irgendwie nicht mehr so zufrieden mit dem Pokémon-Team, das ich hier habe. I don't know. Ich finde Sonka auch nicht so geil und Exandros muss ich erst noch beweisen. Der ist jetzt halt erstmal mit dem Level hintendran. Und zwar gar nicht so wenige. 20 Level hintendran. Der ist jetzt schon Level 29, weil ich ihn ein paar Mal auf Pokéjobs geschickt hatte. Aber yeah. Dann aber erstmal... Vielen Dank, bist du schön, liebe Leute. Das war es dann mit diesem Part. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Gegen die Geister-Arena-Leiterin. Oder Arena-Leiter. Keine Ahnung. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.